hallo ihr lieben herzlich willkommen bei meine rezepte heute zeige ich euch baklava wie man das mit einem fertig gekauften jufka vorbereiten können ich habe euch ja schon zwei sorten baklava gezeigt wie ich den selber also den teig auch selber vorbereitet habe richtig hausgemachter baklava und für alle die dann sagen oh das ist mir so anstrengend ich möchte jetzt kein teig vorbereiten zeige ich dann noch mal wie ihr dann baklava einfach mit fertig gekauften jufka vorbereiten können dazu braucht ihr ein paket jufka habe ich schon mal rausgenommen die gibt es im türkischen laden das ist speziell für baklava gedacht könnt ihr auch sehen 2,49 Euro war gar nicht mal so teuer dann brauchen wir walnüsse je nachdem wie viel ihr nehmen möchtet die habe ich jetzt ein bisschen klein gehackt also nicht geraspelt fein geraspelt sondern so ein bisschen klein gehackt dann brauche ich circa 200 gramm butter werde ich jetzt schmelzen lassen und ein bisschen puderzucker puderzucker kommt dann einfach in die walnüsse rein so damit das bisschen süßlich wird dann sehen wir für den zuckersirup habe ich ihr 500 gramm zucker und 750 milliliter wasser und dann werde ich dann so sagt eine viertel zitrone noch dazu geben ich werde zucker und wasser miteinander vermischen und zum kochen bringen sobald es anfängt zu kochen gebe ich dann sagt der strohne und lasse das ganze dann so circa 30 bis 45 minuten köcheln ihr müsst als erstes euren sirup kochen weil wenn baklava warm ist dann muss euer sirup schon kalt sein deswegen koche ich erstmal meinen sirup so jetzt gebe ich dann paar tropfen strohensaft rein und lasse das ganze dann so circa 30 bis 45 minuten köcheln so ich habe mein form mit öl gepinselt und habe dann mal aufgemacht also so sieht das dann aus damit ihr das einmal sehen könnt und das sind so richtig dünne blätter die werde ich dann einfach jetzt stapeln so wird das dann gemacht und dazwischen wird dann immer mit butter und das könnt ihr dann einfach draufklappen also mein blech ist genau passend also in einem paket sollen 20 stück drin sein ich werde jetzt zehn stück übereinander legen immer dazwischen butter und dann in der mitte weil müsse so ein stück noch dann kommen walnüsse drauf das geht so ganz schnell und schmeckt richtig lecker kommen die walnüsse dazwischen also ich habe ganz wenig butterzucker mit eingemischt ist nicht viel gewesen so halber handvoll so jetzt kommen die restlichen rufkas drauf genauso jetzt werde ich mein backlauber nur noch schneiden habe ich dann nebenbei noch ca 150 gramm butter und drei bis vier esslöffel öl zum kochen gebracht also die das kocht schon das hört ihr auch schon und gebe dann einfach meinen heißen butter über mein backlauber dann werde ich mein backlauber bei 200 grad goldbraun backen so mein backlauber ist raus aus dem ofen jetzt werde ich nur noch meinen sirup darüber geben mein sirup ist kalt und backlauber ist warm also ich habe mein sirup einfach gekocht und auf zimmertemperatur kalt gestellt so zum schluss werde ich dann mit ein bisschen gemahlenen pistazien dekorieren so sieht das dann aus ich hoffe es hat euch spaß gemacht beim zugucken und wünsche euch viel spaß beim ausprobieren und sage tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video